ja ja moin zu tippis wieder mal euren info von bauk willkommen zum nicht letzten zum zweitletzten türchen vom bundesliga puzzelball adventskalender also welches türchen ist wohl das zweitletzte dann ich sag wohl die 23 und gucken was wir hier rauskriegen und nun die schon wieder ein puzzel ich hab mir jetzt schon genug gepuzzelt da muss ich mal da liegen muss da doch nochmal gehen guck ich wohl jetzt mal ein richtiges puzzel oder wie mal gucken wie schnell wird fertig ne 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 auch nicht hallo kostet auch nichts ne ne und müssen wir dafür extra in den timelapse starten so zwei haben wir dann schon mal drei haben wir vielleicht geht es ja jetzt ein bisserl besser so vielleicht passt der jetzt ne passt der nicht ey kommt schon nicht sowas jetzt das passt da rein das passt da rein dann passt du ist auch ne ecke ne du passt du passt du hier rein du passt da rein du passt nicht da rein okay passt du da rein du passt da rein dann passt du da rein du passt schon mal da rein du willst sowas sein aber nicht da ok bist du dann schon vielleicht hier unten du bist hier unten ok bist du dann hier du bist da dann bist du wahrscheinlich hier ja da bist du da da bist du da 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 bist du hier da bist du da unten da bist du da unten du bist auch hier unten da bist du hier du bist da du bist hier Du bist da Und du bist fertig Endlich Ich dachte schon, ich muss dafür Ne Teilen mit starten, aber Nein, brauchte ich doch nicht Wir haben ein kleines Spielfeld Willkommen, mal gucken, was wir damit machen Mal gucken, was das hier ist Wofür das ist Vielleicht löst es ja die 24 auf Und mal gucken Die Tüte werden wir wahrscheinlich behalten Und dann würde ich mal sagen Wenn euch das Video heute mit dem Spielfeld Gefallen hat, drückt mir gerne das Däumle nach oben Lasst mir ein Abo da, tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüssi